Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in LibreOffice Calc Zufallszahlen generieren könnt. Das geht relativ einfach und ich stelle euch hier zwei Funktionen vor. Einmal Zufallszahl und Zufallsbereich. Fangen wir mal mit Zufallszahl an und ich werde das mal jetzt hier oben links in der ersten Zelle machen, aber vorher vergrößere ich das hier ein bisschen. Und zwar, ich gebe einfach ein Gleichheitszeichen ein und schreibe dann einfach mal Zufallszahl. Klammer auf, Klammer zu und wenn ich jetzt Enter drücke, wird mir eine Zufallszahl generiert und zwar liegt die zwischen 0 und kleiner als 1. Ihr seht, sehr viele Nachkommastellen und wenn ich das Ganze jetzt runterkopiere über den kleinen Anfasser, bekomme ich sozusagen oder kopiere ich sozusagen die Funktion in die jeweilige Zelle und ja, in jeder Zelle wird dann sozusagen automatisch eine neue Zufallszahl generiert. Wenn ich etwas eintrage in irgendeiner anderen Zelle, das mache ich mal, ich schreibe jetzt hier einfach nur 1 und in den nächsten 2, seht ihr immer, wenn ich etwas Neues eintrage, dann generiert sozusagen LibreOffice Calc immer wieder eine neue Zahl. Ich lösche das mal ganz kurz, zack und selbst beim Löschen habt ihr gerade gesehen. So und wenn euch das jetzt hier zum Beispiel nicht gefällt und ihr sagt, okay, ich will aber keine Zahlen zwischen 0 und kleiner 1, dann könnt ihr das zum Beispiel so machen. Wenn ihr zum Beispiel Zahlen haben wollt von 0 bis 10 oder von 0 bis 100, dann macht das einfach so, dass ihr hinter der Funktion im Prinzip ein Malzeichen setzt. Das heißt, ich schreibe das einfach mal komplett hier neu hin. Ein Gleichheitszeichen, dann Zufallszahl, Klammer auf, Klammer zu. Und wenn ich das Ganze so haben will, dass ich zwischen 0 und 100 die Zahlen haben will, schreibe ich einfach nach den Klammern ein Malzeichen, also ein Sternchen und dann meinetwegen 100. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann steht hier zwar jetzt nur 7, aber ich kopiere das Ganze jetzt mal runter. Klar, die Zahl 7 ist auch zwischen 0 und 100. Wenn ich das Ganze hier runter kopiere, dann seht ihr schon, gibt es halt Zahlen aus diesem Bereich. Will ich das Ganze mal 1000 oder 10.000 machen, dann mache ich das ganz genauso. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, dann Zufallszahl, Klammer auf, Klammer zu, mal meinetwegen 10.000. Und drücke Enter und ihr seht, hier bekommen wir ganz andere Zahlen raus. Wir haben halt so unheimlich viele Nachkommastellen und dementsprechend haben wir natürlich die Möglichkeit, das auch noch wesentlich größer zu machen. Wenn ihr zum Beispiel die ganzen Nachkommastellen gar nicht haben wollt, dann könnt ihr das natürlich ändern. Also die beste Möglichkeit ist zum Beispiel ja einerseits über diese kleinen Symbole, Dezimalstellen hinzufügen oder abziehen. Also ich mache das jetzt einfach mal und zwar, das war nicht gut genug. Und ihr seht, also das war jetzt hier nicht breit genug von der Spalte, deswegen habt ihr die ganzen Raute-Symbole gehabt. Und wenn ihr hier jetzt noch weiter raufklickt, dann seht ihr, dann werden das immer weniger Nachkommastellen. Das Gleiche könnt ihr aber auch machen, wenn ihr die rechte Maustaste nehmt. Geht auf Zellen formatieren und in diesem Dialogfeld könnt ihr natürlich die Anzahl der Nachkommastellen auch direkt hier regeln. Das heißt, bei Option sagt ihr zum Beispiel einfach 0 und OK und dann seht ihr auch schon, wie das aussieht. Aber ihr habt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Ihr habt schon gesehen, ihr könnt zum Beispiel auch bei Tausender hier so einen Punkt setzen, Tausender Trennzeichen. Machen wir einfach mal und dann sieht das Ganze so aus. Ich habe ja gesagt, wir haben noch eine weitere Funktion und ich lösche das einfach mal hier. Die ganzen Spalten, einfach die Spalten hier oben markieren, rechte Maustaste und ausgewählte Spalten löschen. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, halt Zufallsbereich. Und da können wir gleich festlegen, ja, von welchem Bereich wir überhaupt Zufallszahlen haben wollen. Ich mache das jetzt nochmal wie eben, ich gebe ein gleiches Zeichen ein, schreibe den Funktionsnamen und zwar Zufallsbereich, Klammer auf. Und dann müssen wir zwei Parameter eintragen und einmal die kleinste Zahl und einmal die größte Zahl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Zahlen haben will zwischen 100 und meinetwegen 200, gebe ich hier als kleinste Zahl 100 ein, ein Semikolon, dann 200, Klammer zu. Und wenn ich jetzt Enter drücke, ja klar, dann bekomme ich natürlich eine Zufallszahl, die in diesem Bereich ist. Und ich kopiere das Ganze mal runter und dann seht ihr auch, das ist alles zwischen 100 und 200. Auch das lässt sich natürlich entsprechend anpassen. Und ja, um jetzt vielleicht flexibler zu sein, könnte man das so machen, dass ich hier oben hinschreibe, kleinste Zahl, darunter größte Zahl. Zack, und würde ich jetzt hier was eintragen, nehmen wir mal 10 und 12 zum Beispiel, dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier hinschreiben, Zufallszahl, zack. Und hier die Funktion anwenden, das heißt gleich Zufallsbereich, Klammer auf. Und hier die kleinste Zahl ist dann das hier, ich klicke hier einfach rauf, bekomme die Koordinaten von dieser Zelle, dann ein Semikolon, dann diese Zahl ausgewählt, die Koordinaten von der Zelle hier, die 2 für die größte Zahl, Klammer zu und ich drücke Enter. Und dann seid ihr natürlich super flexibel, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr wollt Zahl zwischen 1 und 15, klickt ihr einfach rauf, schreibt da eine andere Zahl rein und dann seht ihr, passt sich das entsprechend an. Wollt ihr zum Beispiel zwischen meinetwegen 19 und 20 eine Zufallszahl generieren, ja, tragt das entsprechend ein und hier seht ihr, dann bekommt ihr im Prinzip nur zwei Zahlen zwischen 19 und 20. Das war es eigentlich auch schon, ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ihr habt gesehen, ihr habt die Möglichkeit hier wirklich wahnsinnig viel zu machen mit den Zufallszahlen, also von 0 bis 1 die normale Zufallszahl und das dann entsprechend aber zu erhöhen. Ihr habt ja gesehen, die Nachkommastellen verschwinden dann sozusagen und dafür könnt ihr dann größere Zahlen eintragen, auch von 0 bis 100, 0 bis 1000 und so weiter. Oder halt Zufallsbereich, um einen Bereich speziell anzugeben. Das sind allerdings dann nur ganze Zahlen und ja, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen, freue mich über einen Daumen hoch und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.